und sie stacken sich im barrel ja ja das ist auch gut das heißt ich kann alles automatisch mit einem knopfdruck jetzt machen freu ich mich dann brauchen wir noch ein barrel ja leute warum ich jetzt einen ganzen stein an die decke setze weil ich ja die löcher dazwischen hab die löcher die löcher muss erst nie und dann was machen so die lassen sich selbst und schwein doch dann kann das nämlich noch einen schritt nach vorne gehen ich weiß ja nicht was du da machst du machst nur schrotti glaube ich wieder da ne ne ich mach das so wie du das oben schon gesehen hast bei mir also kacke das was deine zuschauer bei mir ja noch nicht gesehen haben doch ich war doch schon mal bei dir ja sie ist sie ist immer das ist ja ruhig merkst du merkst du merkst du merkst du merkst du das merk ich schon ganz zeit kennst du kennst du kennst du kennst du kennst du kennst du gerübst bis jetzt zufrieden kann und sogar aber dennoch laut kürbis wie heißt das pumpkin cake oder so pumpkin pumpkin cake pumpkin das ist ja voll billig okay aber ich weiß nicht wie hoch die sich stecken die dinger damit kannst du dir gut sein können ich glaube 64 ja dann habe ich bald keine kartoffeln mehr sondern noch kuchen im winter ich glaube ich bin sogar noch mehr als kuchen als kartoffeln meine ich weiß ich nicht ich glaube ja ich glaube ja noch eine etale tiefer so pumpte jetzt nur genau pumpkins ich glaube noch drei mal die decke dran klatschen alles die pumpkins werden dahin gepumpt jetzt müssen vielleicht zwei sein die schäsen pipes sind fast wie logistik pipes ja der ist nicht nach rechts gegangen weil ich diese eisen pipe nicht rechts ganz sitzen habe der wusste dass er links gehen muss statt rechts auf die kiste ja weil da schon was drin ist davon ja logische dinger die könnte man auch nutzen als logistik pipe wie bei dir dann könnte man statt mit logistik pipes arbeiten mit mit normalen pipes mit diesen bildkraft pipes kann man auch so aber man müsste ein riesen pc haben zum abrufen abrufen kuchen kann nämlich wenn man jetzt zum beispiel die basic dazwischen geburt eigentlich nur zwischendurch mal so eine basic setzen sonst kannst du ganze zeit diesen kopf ist oder goldenen weil der strom mit übertragen wird ja dann kannst du das mit arbeit machen ohne dass das wirklich leckten dadurch das ist das geile weil wie gesagt dann würde ich das nämlich auch so dementsprechend wenn so lange das nicht anfängt irgendwie zu lenken oder so dass ich das so aber wenn das anfängt dann tauscht die natürlich aus naja aber momentan glaube ich das sind alles wird nur wenn das war und fängt an aber wie gesagt momentan ist dann noch finde er geht noch ganz okay enem 3 4 5 vor oh jetzt habe ich keine goldpipes mehr hier trollhurt naja das mag ich gleich aber ich muss ja auch goldpipes erstellen mhm mache ich dort mit m da auch nicht mehr nä da sind unstetacc habe ich noch ja noch noch Aber gleich nicht mehr. Ne. Hast ja unten gesehen was für ein Wirrwer da beim Recycler war. Wo? Auch bei mir. Aber dass du die auch hörst? Ja. Man hört die halt. Keine Ahnung warum das so ist. So jetzt bin ich schon mal ganz unten. Da noch ran sitzen. Was war nochmal Quicksand? Treibsand? Ja ich glaube ja. Was kann man damit machen? Da ist die kleine Werbung wieder im Chat. Also immer gut. Die Server laufen eindeutig ganz gut als Stadt Nitrado Server. Muss man dazu sagen. Man kriegt den Server gesponsort. Die laufen erst rein. Nur dass man Werbung dann dafür macht. Gut die 5 Minuten die sie da wollten. Die haben wir nicht zugelassen. Das fand ich auch nicht. Die 5 Minuten waren schon zu krass. Aha. Ja. Meine Meinung waren die wirklich zu krass die 5 Minuten. Das war auch heftig. Ne wie gesagt. Werbung ist genau dafür da auch. Dass ihr mal auf die bei denen drauf geht. Die haben. WoW Server. Minecraft Server. Aeon Server. Eigentlich vieles. Ich glaube GTA haben sie auch noch gehabt ne. Ne das soll irgendwie noch kommen. Aber das ist auf jeden Fall Ast rein was sie da alles haben. Also die bieten recht gut was an. Die Server laufen auch wirklich gut. Stabiler als Nitrado. Ja. Wirklich stabiler. Und das nur mit 8 GB. Ja wir haben 8 GB so viel Scheiße wie wir hier bauen. Die haben aber auch ne wirklich gute CPU. Die Server. Aber wir bauen hier so viel Scheiße. Und haben gerade mal 50% von den Arbeitsspeichern die wir verwenden jetzt. Ja. Und die 50% ist auch nur. Wenn wir glaube ich da ein Teil abreißen würden. Den gleichen die du. Den du denkst wie ich. Dann wird es glaube ich noch besser laufen. Und die Wasserquelle. Wenn die weg ist. Ich glaube die macht nochmal 5% weniger. Aber die kannst du nicht. Wie gesagt. Auf den Hut läuft er noch ein bisschen mehr. Und ja. Trotzdem läuft das wirklich gut. Muss man sagen. Wie gesagt. Die CPU. Das höchste was er anzahlt bis jetzt ist 24%. Mehr auch nicht. Ja. Der schwankt immer so zwischen 16 und. Ja. 21% sonst. Den muss man lassen. Der Server ist gut. Ja. Das brauche ich. Das brauche ich. Das brauche ich. Haben wir Glück. Auf jeden Fall. Nein. Was boxt mich denn jetzt. Oh. Mit Mumie willst du Stress oder was. Komm her. Boxt die mich einfach hier. Die Mumie möchte dich umarmen. Die möchte mich umarmen. Die blöde Mumie. Das ist ein Mistfähig. Boah ey. Ist das hässlich an die Decke zu setzen. Ehrlich. Ach ne. Die kann ich hier gar nicht hinsetzen. Dazu bräuchte ich die DIA Dinger genau. Das hässlich an die Decke zu setzen. Und jetzt läuft irgendwelche komische Rockkacke gerade hier. Ja. Äh. Was war denn nochmal die Weiter-Taste. Plus. Weiß er nicht. Minus. Plus. Enter. Ich weiß es nicht. Gelade. Wusstest du, dass du mit einer Vench auch Barrels dringen kannst? Ja. Okay. Mit der Vench kannst du vieles machen. Irgendwie will er nicht. Oh. Musst du so umschalten. Oder bist du im Vollbit-Monus? Ne. Ich bin nicht im Vollbit-Monus. Ah ja. Braucht man auch nicht wirklich. Das läuft das. Jetzt kommen die Hühner dran. Die Arme Hühnchen. Die müssen jetzt auch mal fertig werden. Ich habe draußen auch schon welche. Ja, ich habe jetzt sechs Hühnereier und danach kommen dann erstmal ganz viele Eier, damit der dann mal fertig wird. Mhm. Clearglas da. Aber wenn das bei mir auch so weit läuft alles. Dann kommen auch noch Gehege bei mir irgendwo hin und dann. Was denn? Kannst du doch bei mir bestaunen. Ja, bei dir bestaunen. Aber ich kann das bei mir nämlich aussetzen, sonst ist das ja nicht. Nö, darfst du nicht. Ich habe Patent da drauf. Am Arsch hast du. Patent. Nein, da ist eine Spinne. Aha. Die muss ich jetzt mal metzeln. Hi Spine. Ah. Hi Zombie. Hi Mädchen. Hi du. Du. Boi. Wirklich die Barret, um an die Decke zu setzen. Und wenn da schon was frei ist, das ist das beste Teile. Mii Mii Mii. Wein nicht rum. Deswegen muss ich mal Shift drücken. Mann, Mann, Mann. Das ist ein bisschen langweilig wahrscheinlich für die Zuschauer. Ne, du bist ja ganz einfach Kräften, Barrels setzen. Gut, ich mache auch nichts anderes. Ja, aber das muss ja auch mal gemacht werden. Du, ich mache ja auch nur setzen, Kräften, setzen, Kräften, dann ein bisschen bauen und dann mehr ist das nicht. Ja. Sonst habe ich immer viel zu viel Blödsinn in letzter Zeit gemacht. Mhm. Den hast du. Abgerechnet von deinem Blödsinn, den wärst du schon längst fertig. Ja, glaube ich auch. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Und ich glaube, wenn ich das so zwischendurch machen würde, also offscreen, dann wäre ich schon lange fertig damit. Mhm. Ja, bestimmt vielleicht. Auf jeden Fall. Das weißt du aber noch nicht. Ja, das passt sogar. Ratschatzong. Ratschatzong. Toll, ey, seit dem Ohrwurm, seit Johnny ein Klavier gespielt hat, ey. Oh, Mann, der Lackar, ey. Ne, nicht wirklich. Doch. Ne, seitdem habe ich nicht so einen Ohrwurm. Kommt immer wieder. Ich schaffe es immer wieder, Barrels falsch zu setzen. Leck mich doch. Nee, möchte ich nicht, danke fürs Angebot. Sollts du auch nicht. Ich mein, so ein Barrel soll mich ja mal abschlecken, ehrlich. Böh. Mann ey, toll, schon wieder zwei Mal falsch gesetzt. Wenn ich in den Himmel gucke, überall nur diese Strahlenfarben von den Markierungen. Ja, was soll ich denn sagen, hallo? Boah ey, ich will verarschen, ja. Ja, schon wieder falsch gesetzt. Meistens sind wir auf die gleiche Stelle. Immer den zweiten Barrel, den ich setze. Oh, Gysa, wo wolltest du hin? Du musst wieder zurück? Komm her. Oh, ich kann das ja eigentlich so setzen. Und dann brauche ich nur noch die Menschen dazu und lass alles drehen einmal. Dann geht das besser. Zack, zack, zack. Wenn ich das jetzt den ganzen Tag laufen lassen würde, dann muss noch automatisch umgekräftet werden. Ja. Ja, was dann? Wäre das nicht schlecht. Findest du? Mhm. So, Items in Inventory, Pumpen. Pumpen, Pumpen, Pumpen. Pumpen, 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 Pumpen. Du, 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 du. Ach ja. Sei da froh, du bist nicht der Einzige, der nur am Bauen und am Craften ist. Ja, aber ich bin der Einzige von uns, wo immer der Wildschirm nach zwei Stunden ausgeht. Ha, ha, ha. Ja. Bei mir geht er auch aus, aber nur wenn meine Morse sich nicht bewegt. Ähm. Nein, ich meine wirklich ausgeht. Schlecht. Im Standby-Modus schalte. Warum das denn? Das kannst du irgendwie zusammen so nicht ausschalten. Weiß ja nicht. Zumindest habe ich alles gefunden. Ich habe den Philipp. Ich habe den Philipp. Ja. Ja. Der kann das. So, machen wir hier ein paar Fans. Ja, aber ist egal. Da. Es ist so mies, wenn du mit einmal zocken wirst und das mit einmal aufgehst. Warte mal. Warte. Komm, du kannst mal eben. Ja. Wo hast du auch immer? Ach, ich brauche gar nicht mal Schiff drücken. Cool. Ja, ja. Dann geht das auch so schnell. So. Das war mein Handy. Da haut er ab eben einfach ab. Ja, das war mein Handy. Es hat geblinkt. Müsste gucken, was es wollte. Mhm. Jetzt bin ich gerade am Laden. Jetzt habe ich es mal am PC am Laden, aber diesmal nicht. Mhm. Ja, muss auch mal sein, hallo. Ich habe schon mal Schiff gedrückt, um da an den Barrel zu drehen, ne? Brauche ich aber gar nicht. Ne. Kannst du so machen. Wenn ich das richtig mache an der richtigen Stelle, dann brauche ich das nicht. Schlecht. Bist du schlecht. Und du auch. So, warte. Ach, jetzt weiß er gar nicht, wo das Holz hinpacken soll. Wie geil. Hä, ist da hinten alles. So schlecht. Achja, Flash ist so bescheuert. Toi, jetzt sitzt ich auch noch Barrel oben auf dem Barrel rauf. So, wenn da jetzt Dinge drin sind, was macht er denn jetzt? Zack, 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 zack. Oh, jetzt schneit das da so lang. Ach. Bei mir war gerade Holz im Trichter und der hat das rausgepumpt und hat versucht jetzt in irgendeine Kiste rein zu pumpen. Hä? Aber ging nicht. Ne. Jetzt schwirrt gerade Holz in meinen Pipes rum. Ich versuche jetzt gerade mal was zu machen. Oh. Sieht ein bisschen lustig aus. Das Holz, das weiß nicht wohin damit. Ja, aber immer nur hin und her, ne? Ne, jetzt weiß er so, wo es hin. Ah, ich hatte hinten auf der Diak-Kiste einen Station-Pipe gesetzt, aber jetzt habe ich eine goldene gesetzt, jetzt passt es. Das kenne ich noch aus meinem Tech-It-Light-LP. Ja, auch. Wenn du dann was craften wolltest, was ich vorhin meinte mit diesen RE-Batterien, ne? Ja. Soll die sich nicht stacken lassen, ne? Hast du die nur noch hin und her flitzen sehen? Ja. Immer nur hin und her, immer nur hin und her. Weil ich nicht wissen, wo das hin sollen. Ja. Oder bis Platz war. Weil das dann immer noch zu viel gecraftet hat dann da durch und, und, und. Na, das war ja noch, ich glaube sogar noch, wo ich das gezeigt habe, 1, 2, 5. Oh. Das ist ganz schön lange schon her. 1, 2, 5, was hatte ich... Da habe ich gerade einen Mods mit dem Bean gehabt drinnen. Mit dem Bean und Build-Craft. Kann nämlich sein, dass er sich bis dahin behoben hatte. Also, dass wir es jetzt behoben haben, schon lange. Ja. Ja. Jetzt ist es auf jeden Fall so. Weil das schon lange nicht mehr ausprobiert hat. Mittlerweile ist es viel behoben. Wie gesagt, weil die IDs sich immer komisch angepasst haben. Ja. Ja. Kannst du nichts machen. mal diese... Oh, gerne. Wir haben voll viele Diamanten durchschieben können. Mhm. 8000, glaube ich. Naja. 8000 war, glaube ich, immer ein Diamant. Ja, irgendwie so war das. Habe ich auch auch gespielt. Aber nicht aufgenommen. Das habe ich einfach nochmal getestet. Ne, das habe ich aufgenommen gehabt. Da habe ich mit zwei anderen das gemacht gehabt. Nehmt den Minecraft Team nach.